So, dann geht es jetzt weiter mit dem nächsten Talk. Ich möchte euch einen kurzen Vortrag vorstellen. Das ist zum einen der Alexander. Er ist Diplom-Politologe, engagiert sich in der Free Software Foundation. Hallo. Hallo, Free Software Foundation Europe. Und hat auch noch am Public Policy Program in der EU mitgewirkt. Er wird den ersten Teil bestreiten. Der zweite Teil wird Michael übernehmen. Er ist auch in der Free Software Foundation Europe engagiert. Und zusätzlich Projektleiter des Projekts Freedom Vote. Zu diesem Punkt. Dann nachher im Viertel vor acht auch noch ein Vortrag. Und bei Public Money und Public Code geht es in erster Linie darum, was mit Steuergeldern, so habe ich zumindest interpretiert, als ich die Vortragsankündigung gelesen habe. Was passiert mit unseren Steuergeldern? Wieso ist dieser Code nicht frei verfügbar? Was sind die Hindernisse? Und wo gibt es Verbesserungspotenzial? Viel Spass beim Vortrag. Danke für dich. Ja, Patrick, Money, Public Code. Der Titel sagt schon, beziehungsweise auch das Fragezeichen und das Ausrufezeichen, also die Free Software Foundation Europe hat eben eine Kampagne gestartet, die sich damit auseinandersetzt. Immer dann, wenn öffentlich finanzierte Software auf den Markt kommt, soll er dann eben auch am Ende der Code der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Was das genau bedeutet, gucken wir uns gleich an. Vielleicht nochmal kurz zum Einstieg, wer wir überhaupt sind, die Free Software Foundation Europe. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der seinen Sitz in Berlin hat, aber eben in ganz Europa tätig ist. Wir haben viele Botsgruppen oder Ländergruppen, eben zum Beispiel hier in der Schweiz, in Italien, in Frankreich, also überall in Europa. Und wir setzen uns eben dafür ein, dass es einen selbstbestimmten Umgang mit Technik gibt und dass Menschen eben die Kontrolle über ihre Software behalten. Und dafür ist es eben essentiell, auch in den Code hineinschauen zu können und den dann entsprechend zu verändern. Um das vielleicht mal in einem Beispiel zu verdeutlichen, ich glaube, ein ist bekannt, wie halt grundsätzlich so eine Nuklearrakete von den Amerikanern abgefeuert werden kann. Also es gibt da einen relativ klar definierten Plan, ein klar definiertes Vorgehen. Allerdings, was die meisten Leute dann eben vergessen, irgendjemand muss dieses System dahinter ja eben auch basteln. Also damit der rote Knopf gedrückt werden kann, damit so ein Atomwärm beschrieben abgeschmissen werden kann, braucht es halt eben dann auch ein Engineer, der halt die ganze Software dahinter schreibt und der das Ganze ermöglicht. Und hier ist dann eben die Frage, was basteln wir dann wirklich da rein? Kann man sich eben den Code anschauen, damit dann tatsächlich diese Prozedur auch so durchgeführt wird, wie es gesetzlich vorgeschrieben ist? Oder hat der Typ sich vielleicht irgendwas komplett anderes überlegt, einen komplett anderen Code benutzt und am Ende, ja, wird die vielleicht gar nicht gezündet oder fliegt irgendwo anders hin oder was auch immer? Also das Problem ist, wir haben gesetzliche Vorgaben und wir haben auch gleichzeitig ziemlich viel Software überall. Und die Frage ist, macht die Software das, was zum Beispiel eben die gesetzliche Vorgabe ist? Und um das kontrollieren zu können, ist die wichtigste Voraussetzung dafür, dass wir halt in den Code reinschauen können, damit wir dann eben auch wissen, was da genau passiert. Vielleicht nochmal ein bisschen darüber hinaus zu erklären, was freie Software ist oder was auch gerne so als Open Source gezeichnet wird. Freie Software oder Open Source zeichnet aus, dass sie vier Grundfreiheiten haben. Und diese vier Grundfreiheiten, die erste ist, dass wir diese Stoffe eben verstehen können. Das bedeutet, dass wir eben eben in den Code reinschauen können, dass wir den lesen können, analysieren können und das Ganze eben auch uneingeschränkt sehen können. Also dass uns nicht nur Teile vom Code gezeigt werden, sondern dass uns der komplette Code so zur Verfügung steht, dass wir eben nachvollziehen können, was passiert. Die zweite Grundfreiheit ist, dass wir das Ganze dann auch noch selbst verwenden können. Also dass wir es benutzen können, ohne irgendwelche Lizenzgebühren zu bezahlen oder irgendjemanden darum zu bitten oder zu fragen, sondern dass wir die Software, die dann eben da programmiert ist, für jeden Speck, für den wir den gerne einsetzen wollen, dann eben auch entsprechend benutzen können. Die dritte Grundfreiheit ist, dass wir diese Software auch verbreiten können. Das bedeutet, wir können sie uneingeschränkt kopieren, verbreiten. Wir können sie auch eben zum Beispiel verkaufen. Also das ist ja auch immer so die Frage, was bei Open Source oder Freie Software, also insbesondere dem Begriff frei, dem Ganzen unterstellt wird, dass man damit kein Geld verdienen könnte, weil alles kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Ich glaube, mit dem Verkauf von Red Hat an IBM, also Red Hat ist eine Linux-Distribution, die vor allen Dingen eben über den Support Geld verdienen. Dieses Unternehmen wurde jetzt für 33 Milliarden Euro an IBM verkauft, also größte Software, die leere Geschichte mit einem Unternehmen, was eben frei bzw. Open-Store-Software herstellt. Also dieses Verbreiten heißt halt eben, wir können es verkaufen, wir können es aber eben auch einfach kostenlos weitergeben und eben das Ganze uneingeschränkt machen, so wie wir das wollen. Und die vierte Grundfreiheit ist, also wir haben das jetzt mal Verbessern genannt, also das bedeutet, jeder kann auch an den Code rumschreiben, kann halt den Code verändern und eben am Ende des Tages ein neues Programmhaus machen oder das eben entsprechend weiterentwickeln. Wie gesagt, das Ganze haben wir jetzt Verbessern genannt, das heißt aber nicht, dass man es dann ja auch verschlechtern dürfte. Also es ist durchaus möglich und das passiert auch ganz gerne mal, dass Leute an so Softwareprojekten rumspielen und am Ende des Tages die Lösung halt eigentlich schlechter ist, als dass wir so vorher hatten. Aber auch das ist eben die Freiheit, die den Leuten da gewährt wird, dies zu tun. Also diese vier Grundfreiheiten, immer wenn diese vier Freiheiten gegeben sind, dann können wir von freier Software oder eben um Software sprechen. Und dafür setzen wir uns eben ein, dass Software mit diesen vier Grundfreiheiten Verbreitung findet. Die Vorteile von freier Software, insbesondere dann eben für Verwaltung oder den Staat, sind eigentlich auch relativ offensichtlich. Zunächst einmal ist es für die Regionalität, also das bedeutet, dass man Firmen in der Umgebung, in der Region durchaus eben zu Partnern von solchen Softwareprojekten machen können. Das sieht man ganz gut, also Barcelona ist zum Beispiel so eine Stadt, die da sehr erfolgreich mittlerweile schon freie Software und so Software einsetzt und wo eben 60% der Softwareausschreibungen eben tatsächlich an regionale Unternehmen gehen. Also das bedeutet, man kann durchaus eben auch seine eigene Wirtschaft damit ein bisschen fördern und anstatt dass man eben Lizenzgebühren nach Irland überweist oder Microsoft sitzt, bleibt eben das Geld in der Region und man kann hier eben die Wirtschaft fördern. Wichtig hierfür ist, dass es dann eben auch entsprechende Ausschreibungen gibt, also dass man hier eben die dann auch so macht, dass sich dann halt eben vor allen Dingen KMUs, also das Klein- und Mitarbeiter-Unternehmen dann auch solche Projekte auch bewerten können und dann mitmachen können und dann nicht von diesen Software-Giganten, die überall rum da ist, dann unterdrückt werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass das Ganze eine gewisse Unabhängigkeit garantiert und das ist, denke ich, eines der stärksten Argumente. Also wer selbst vielleicht mal mit proprietärer Software gearbeitet hat, also zum Beispiel so eine Microsoft-Abo, um irgendwie ein paar Textzeilen zu schreiben oder ähnliche Sachen, wird relativ schnell feststellen, dass er in sogenannten Vendor-Lockings gefallen ist. Also das bedeutet, Anbieter von proprietärer Software neigen dazu, Abhängigkeiten zu anderen Produkten, die sie herstellen, zu schaffen. Also das bedeutet, wenn ich ein Microsoft-Windows-Betriebssystem habe, dann sollte ich mir auch eben dann noch das Office-Paket dazu holen und wenn ich das Office-Paket habe, dann fallen da Dateiformate aus, die ich dann halt möglichst nicht mit anderen Anbietern in irgendeiner Art und Weise bearbeiten kann, sodass ich dann eben alle dazu zwinge, irgendwie bei so einem Anbieter zu bleiben. Das Gleiche ist natürlich dann insbesondere bei Verwaltungen oder Administrationen der Fall, dass wenn sie sich halt eben irgendwann mal für einen Anbieter entschieden haben, dass dann halt eben diese Abhängigkeiten entstehen und es dann sehr, sehr schwer wird, diese dann wieder aufzulösen und zu sagen, zum Beispiel, ich möchte jetzt mein Office-Paket wechseln, muss dann aber vielleicht gegebenenfalls sogar mein Betriebssystem wechseln, weil halt eben diese Abhängigkeiten vorher so von den proprietären Anbietern geschaffen wurden. Durch freie Software, weil ich eben den Code immer wieder verändern kann, entsprechend anpassen kann und das auch von jedem gemacht werden kann, besteht eben die Möglichkeit, sich nicht von einem Anbieter abhängig zu machen, sondern halt eben ganz viele Anbieter an dem Code mitschreiben zu lassen. Das ist vor allen Dingen auch ganz interessant, also wenn man sich, zum Beispiel in Island gab es mal so einen Fall, dass die hätten dann halt gerne irgendwie eine isländische Übersetzung von, ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Anwendung war, sagen wir mal ein Schreibprogramm gehabt, da hat dann halt eben der Anbieter gesagt, in dem Fall Microsoft, nee, das ist uns alles viel zu teuer, das zu übersetzen, das wollen wir nicht. Und dann gibt es halt einfach keinen Anbieter, der das machen kann, weil eben der Code nicht zur Verfügung steht, um diese Übersetzung zu machen, was eigentlich eine Pipi-Aufgabe ist. Aber wenn das eben als freie Software da gewesen wäre, hätte eben der große Anbieter sagen können, ja, das ist für uns jetzt kein attraktives Angebot. Und hier hätten dann eben diese kleinen regionalen Anbieter, wenn sie den Code zur Verfügung gehabt hätten, einsteigen können, um dann zum Beispiel so eine Übersetzungsleistung zu ermöglichen. Also hier eben diese Unabhängigkeit auf der einen Seite von einzelnen Anbietern, die dann aber eben auch gleichzeitig dazu führt, dass eben auch andere Unternehmen oder andere Akteure, vielleicht auch freiwillig eben dann an so einem Code mitschreiben können. Und das Ganze ist natürlich auch furchtbar effizient, weil das gerade muss nicht immer wieder neu erfunden werden. Also insbesondere in Verwaltung ist es ja so, dass dann halt irgendwie der Bedarf immer relativ ähnlich ist von Städten zum Beispiel. Also wenn man Kleinstädte hat, wird der Bedarf an Software relativ ähnlich sein wie von der Nachbar-Kleinstadt. Das gleiche bei Großstädten. Großstadt-Kleinstadt funktioniert vielleicht zusammen nicht so gut. Aber durch eben Vernetzung und dann eben gemeinsame Softwareprojekte, die auf den Weg gebracht werden, kann man dann eben zum einen kollaborativ zusammenarbeiten, also neue Communities schaffen und eben vor allen Dingen Sachen auch wirklich weiterentwickeln und nicht zwei Städte, die direkt nebeneinander sind und die gleiche Anwendung brauchen, müssen sich dann immer wieder neu die Sachen programmieren, sondern können eben dann auf das zurückgreifen, was schon da ist und das entsprechend weiterentwickeln. Mit diesen ganzen Gedanken im Hintergrund und natürlich auch immer wieder dem Bedarf, der an uns herangetragen wurde, dass eben insbesondere in Verwaltung diese Vendor-Lockins bestehen und ziemlich viel Geld für Lizenzen ausgegeben wurde, haben wir uns dann eben überlegt, eine Kampagne zu starten, Public Money, Public Code haben wir die genannt. Und das Ziel ist eben zum einen darauf hinzuwirken, dass es auch die gesetzlichen Grundlagen dafür gibt, dass immer wenn öffentliche Gelder bezahlt werden, auch der Code öffentlich sein soll und zum anderen aber eben auch tatsächlich Hilfestellungen für Administration zu geben, Best-Practice-Beispiele zu sammeln, Leute miteinander zu vernetzen und sie in die Lage zu versetzen, dann eben auf Open-Source-Projekte oder Freisoftware-Projekte umzustellen. Dafür haben wir diese Kampagne gegründet, das war 2017, also läuft jetzt so anderthalb, knapp zwei Jahre diese Kampagne. Das ist, glaube ich, relativ erfolgreich und führt eben auch tatsächlich dazu, dass sich viel, viel mehr Leute jetzt eben insbesondere in Verwaltung mit Freisoftware ausübersetzen. Die Argumente, die jetzt insbesondere für Städte interessant sind, sind eben die bei proprietären Lösungen, also solche Office-Produkte oder Microsoft oder Oracle oder was auch immer, ist dann eben vor allen Dingen das Problem, dass es hier kaum Interoperabilität gibt. Also das bedeutet, dass es halt zum Beispiel auch sehr schwer ist, mit Bürgerinnen und Bürgern auch zu kommunizieren, wenn wir die dann zwingend Microsoft-Produkte kaufen. Es gibt eben diese Herstellerabhängigkeit, was auch ein wahnsinnig wichtiger Punkt ist, dass es halt sehr schwer zu kalkulieren ist, wie die Kosten für die Wartungen sind oder auch die Kosten für Softwareerweiterungen. Also man hat sich jetzt zum Beispiel eben ein Basispaket gekauft von irgendeinem Softwareprojekt, nämlich der kleine Änderungen haben und dadurch, dass man eben dann keine wirklichen Ausschreibungen mehr macht, weil man eben in dieser Herstellerabhängigkeit befangen ist, ist es dann eben auch sehr schwer zu prognostizieren, welche Kosten im Verlauf von solchen Projekten eben auf einen zukommen können. Dann klar, die niedrige Akzeptanz von uns dem Ganzen gegenüber. Also wir als Bürgerinnen und Bürger freuen uns halt einfach nicht, wenn wir eine .x-Datei kriegen, die wir dann irgendwie völlig zu spurtet aufmachen müssen. Das Ganze bedeutet auch, dass Investitionen verloren gehen. Und natürlich, dass halt gewisse Sicherheitsprobleme auftreten, weil immer dann, wenn ich natürlich nicht in den Code reingucken kann, weiß ich nicht, ob es dann eben sogenannte Backdoors gibt. Also Backdoors sind eben zum Beispiel von vornherein gewollte Sicherheitslücken in solchen Softwareprojekten, um zum Beispiel Informationen an Geheimdienste oder Sicherheitsbehörden weiterzugeben. Aber eben auch ganz normale Sicherheitsprobleme, also irgendwie der Code wurde halt so geschrieben, dass irgendwo eine Sicherheitslücke entsteht. Und hier ist man dann eben auch wieder von dem Hersteller abhängig, der diese Sicherheitslücke schließen muss. Also wenn Sicherheitslücken bekannt werden in der Software von proprietären Anbietern, muss man auch immer wieder zu dem Anbieter gehen und ihn darum bitten, dass er diese denn dann schließen möge, diese Sicherheitslücke. Und man kann auch auf der anderen Seite quasi auch selbst nicht aktiv nach Sicherheitslücken im Code suchen, im Code selbst suchen, weil der im Verborgenen bleibt. Die Vorteile auf der anderen Seite sind eben diese Unteroperabilität durch offene Standards, also dass halt eben Dateiformate halt zum Beispiel eben immer offen sind und entsprechend bearbeitet werden können. Die Unabhängigkeit von Anbietern durch eben freie Lizenzen. Es gibt da eine ganze Fülle von Lizenzen, die in irgendeiner Art und Weise diese vier Grundfreiheiten, die wir vorhin am Anfang gesehen haben, abbilden. Es gibt auch zum Beispiel von der EU-Kommission eine Lizenz extra für eben Verwaltung entwickelt. Aber hier sollte man sich dann eben auch nochmal genau überlegen, unter welcher Lizenz man eben Softwareprojekte ausschreibt oder eben auf den Weg bringt. Die Kollaboration eben mit anderen Institutionen, Behörden oder ähnliches teilen natürlich auch die Risiken und Kosten. Also wenn eben zwei Städte sich überlegen, wir brauchen einmal die gleiche Anwendung, dann bedeutet das auch, dass hier eben dann die Kosten untereinander aufgeteilt werden können. Das Ganze ist äußerst transparent, weil man eben in den Code reinschauen kann und dann eben tatsächlich auch nachvollziehen kann, was passiert. Das ist zum Beispiel auch ganz interessant, in Paris an der Sorbonne gab es zum Beispiel ein automatisiertes Auswahlverfahren, wie Studenten eben ihren Studienplatz zugeteilt bekommen. Dahinter stand ein Algorithmus, der eben furchtbar intransparent war und man hatte das Gefühl, dass es hier eben zu Diskriminierung kommt. Das wurde dem Ganzen dann auch nachgegangen und es wurde eben festgestellt, dass in dem Code eben diese Diskriminierung mehr oder weniger vorgesehen ist, wenn das Ganze transparent gewesen wäre, hätte man das eben sehr viel schneller herausfinden können und dann eben da entsprechend dagegen vorgehen können. Die Einbeziehung eben lokaler Anbieter, was wir eben am Beispiel von Barcelona sehen, dass das tatsächlich auch eben funktioniert. Und man kann eben den Code auch relativ einfach Sicherheitsprüfungen unterziehen und eben schauen, ob es dann eben entsprechende Backdoors gibt. Was natürlich ein wahnsinniger Vorteil ist, dass man die dann nicht aktiv selber suchen muss, sondern dass man hier einfach tatsächlich in den Code reinschauen kann und diese Sicherheitsprüfungen finden kann. Das heißt natürlich jetzt auch nicht, dass das dann auch immer passiert automatisch. Also man muss dann schon auch aktiv nach Sicherheitsprüfungen suchen. Bloß weil etwas Open Source ist oder freie Software ist, heißt das dann nicht automatisch, dass es sicher ist, aber man hat eben die Möglichkeit, hier eben dann selber aktiv zu schauen und zu gucken, ob es dann eben entsprechende Sicherheitsprüfungen gibt. Um das Ganze auch noch insbesondere für Verwaltungen aufzuarbeiten, haben wir auch eine tolle Broschüre veröffentlicht, diese hier. Die liegt da auch da draußen an dem Eingangstück, wo man seine Tickets geholt hat und drüben in dem Saal mit der Kanzel, wo die Vorträge gehalten werden, dort liegen die auch rum. Da kann man sich auch eine mitnehmen. Ansonsten, die gibt es auch als PDF auf unserer Website, man kann die auch ausgedruckt bestellen. Und hier haben wir nochmal versucht, eben insbesondere für Verwaltungen zusammenzufassen, was die wichtigsten Argumente zum einen sind, aber eben auch, auf welche Probleme man stoßen kann und wie man diesen begegnen kann. Es gibt zum Beispiel, das finde ich sehr schön, einen Text, 10 Mythen über freie Software. Dann gibt es hier in der Mitte nochmal so ein Plakat, wie man eben seine IT mit freier Software modernisieren kann. Und es gibt auch einen Text von dem Professor, ich suche den hier, dem Professor Schauri aus der Schweiz hier. Also es gibt da, genau. Wenn jemand dazu Fragen hat, kann man sich dann auch direkt an Sie lenken. Also insgesamt, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Broschüre, wo dann eben die Argumente, die ich jetzt hier vorgetragen habe, noch mal etwas detaillierter und ausführlicher erklärt werden, weitere Argumente vorgetragen werden. Und insbesondere dann eben auch nochmal für Verwaltungen. Ist jemand da, was eine Verwaltung hier ist? Ja, danke für Sie. Eine Broschüre. Und ja, also wenn Sie jemanden in der Verwaltung werden, geben Sie diese Broschüre gerne weiter. Melden Sie sich bei uns, wenn Sie irgendwie Interesse haben, auf freie Software umzustellen. Und darüber hinaus haben wir auch noch ganz wunderbare Kampagnenvideos gemacht, die wir auch in verschiedene Sprachen übersetzt haben. Ich habe mal die deutsche Version jetzt mitgebracht, die können wir uns mal kurz anschauen. Die eignet sich auch ganz gut, um Sie zu befreien. Öffentliche Infrastruktur, also Straßen und öffentliche Gebäude, genauso verwalten, wie sie ihre digitale Infrastruktur verwaltet. Unsere Abgeordneten würden in einem angemieteten Gebäude arbeiten, in dem sie nicht für strengere Umweltgesetze stimmen dürften, weil der Vermieter, ein multinationales Unternehmen, diese Art von Abstimmung in seinem Gebäude verbietet. Auch die längst überfällige Erweiterung auf mehr als 500 Sitze erlaubt dieses Unternehmen nicht. Das heißt, einige Abgeordnete stehen draußen auf der Straße. Und ein paar Box weiter wird von einem anderen Unternehmen die gerade mal sechs Monate alte Sporthalle des Vorbesitzers abgerissen. Sinnloserweise wird sie, natürlich auf Kosten des Steuerzahlers, durch ein identisches Gebäude ersetzt. Mit der Begründung, die neue Halle bietet jetzt Streetwall als ein neues Feature an. Dem Vermieter des Rathauses ist es derweil ziemlich egal, dass nachts durch eine versteckte Hintertür containerweise Dokumente mit vertraulichen Daten wie Bankdaten und Krankenakten entwendet werden. Und niemand darf etwas dagegen unternehmen, denn die Suche und das Schließen von Hintertüren würde leider gegen die unterschriebene Nutzungsvereinbarung verstoßen. Und so absurd das alles auch klingen mag, dieser Vergleich ist ziemlich passend in Bezug auf unsere digitale Infrastruktur, also die Software und Programme, die unsere Regierungen und Behörden täglich nutzen und teuer finanzieren. Denn unsere Verwaltungen beschaffen in erster Linie proprietäre Software. Das heißt, es wird viel Geld für Lizenzen ausgegeben, die nur für kurze Zeit gültig und deren Nutzungsrechte stark eingeschränkt sind. Das macht es unmöglich, die von uns bezahlte Infrastruktur sinnvoll und nachhaltig zu nutzen. Und weil der Quellcode von proprietärer Software normalerweise ein Geschäftsgeheimnis ist, ist es natürlich schwierig oder sogar illegal, mögliche Sicherheitshilfen oder eingebaute Hintertüren zu suchen und zu schließen. Das funktioniert hier glaube ich dann doch nicht mit den ganzen Adaptern. Irgendwie war da nur die Hälfte von dem Video jetzt erkennbar. Man kann auf YouTube gehen und sich das dann doch nochmal anschauen, ist die Qualität deutlich besser. Stell dir vor, unsere Leute... ...deutlich mehr von dem Video, keine Ahnung, warum da jetzt nur die Hälfte eingezeigt wird, auch mal im Netbook funktioniert. Wie auch immer, schaut euch das Video an. Es gibt es auch in, ich glaube mittlerweile, zwölf Sprachen komplett übersetzt und in ein Haufen weiteren Sprachen noch eben mit einer Textübersetzung. Gibt es auf dem YouTube- und auf dem Vimeo-Kanal der Free Software Foundation Europe. Auf fissmd.org werdet ihr das entsprechend finden, könnt euch das da nochmal in Ruhe zu Hause angucken und entsprechend verteilen. Die ganze Kampagne, die wir ins Leben gerufen haben, hat mittlerweile die Unterstützung von fast 20.000 Einzelpersonen gefunden und eben auch weit über 150 Organisationen, wo wir uns freuen, dass da hier neben den üblichen Verdächtigen vor allem eben sowas wie die Stadt Barcelona mit dabei ist, die diese Kampagne dann eben entsprechend auch unterstützt. Wir suchen immer noch nach, vor allen Dingen insbesondere Verwaltungen oder Städten, die das Ganze unterstützen will. Paris ist zum Beispiel auch grundsätzlich jemand, der diese Kampagne auch immer wieder in Vorträgen erwähnt und sich dahinter stellt. Also wenn ihr grundsätzlich als Individualpersonen unterschreiben wollt, seid ihr aufgerufen, vielleicht schaffen die 20.000 dann noch dieses Wochenende. Ansonsten, wenn ihr irgendwie Organisationen, Firmen oder Ähnliches habt, die sich diesen Prinzipien auch gerne verschreiben wollt, könnt ihr euch auch gerne bei uns melden und hier eben als Unterstützer dieser Kampagne mit auftreten. Wir hatten uns für den zweiten Teil dieser Veranstaltung überlegt, zu überlegen, wie wir jetzt mit dieser Kampagne hier zum Beispiel in der Schweiz, insbesondere im Wahlkampf mitwirken können, bevor wir das machen, vielleicht aber noch die Möglichkeit, inhaltliche Rückfragen zu stellen, bevor wir jetzt hier irgendwie rumdiskutieren oder rumüberlegen und jemand unterwegs gar nicht so richtig weiß, wohin die Reise eigentlich gehen soll. Das Beispiel Barcelona, gab es da dann auch aus der Bevölkerung irgendwelche Pull-Requests oder sowas? Dass jemand fand, ah, hier, ich habe eine Verbesserung für das Anput-System bei mir zu haben oder so? Also ich glaube schon, ja. Also es gibt auf jeden Fall eine relativ aktive Free Software Group, die da aktiv ist und die da auch mit an den Quot rumbastelt und das sind ja im Grunde nichts anderes als Bürgerinnen und Bürger. Also es wird auch überhaupt sehr stark von der Bevölkerung da unterstützt und mitgemacht und mitgetan auf diesen Partizidationsplattformen und so. Also da passiert schon einiges. Aber ich kann jetzt keine Zahlen dazu sagen, wie viel jetzt von so einer Nacht das passiert. Okay, dann bin ich mit dem Michael, wenn ich das richtig ausgefroren habe, beide waren. Und genau, also unsere Überlegung ist ein bisschen, Michael macht ja auch eben Freedom Road, wie wir jetzt versuchen mit dieser Kampagne insbesondere im Wahlkampf aktiv zu werden, aber eben auch grundsätzlich, was man eben tun kann, um politische Debatten so zu beeinflussen, und dass hier dann am Ende möglichst das dabei auskommt, was wir wollen. Und ich glaube, eines der, was wir immer im Hinterkopf behalten sollen, wichtigsten Leitlinien für so etwas, ist zu Gutes und rede darüber. Also das, was wir jetzt hier machen, dazu seid ihr aufgerufen, das dann eben entsprechend auch alle selber zu machen und eben die frohe Kunde zu verbreiten. Ja, und wir werden jetzt Gutes tun und auch darüber reden. Wir jetzt als Spezielles mit euch als nächstes. Zuerst mal ein wenig Information, wie es zurzeit hier in der Schweiz aussieht. Es ist mir zumindest nur ein großes Projekt bekannt, bei dem es wirklich um freie Software geht, und das ist, wie viele euch die einen oder anderen schon kennen, Open Justitia, dass etwas aus der Schweiz eigentlich initiiert worden ist. Ich habe jetzt, während ich in Urlaub war, gelesen, dass sich da etwas mehr tut. Man plant hier in der Schweiz, die Justiz vollkommen zu digitalisieren. Und ich hoffe doch, weil das Projekt ja eigentlich heisst, dass da auch wieder Open Justitia als Idee, als Vorbild zubekommt. Das wäre jetzt eigentlich etwas, wo wir vielleicht etwas uns einbeziehen können. Das heisst, schauen wir mal, ist es das tatsächlich, wie wird es geplant, was passiert hier. Das ist ein nächstes Projekt, das gestartet ist und sich eben zum Ziel gesetzt hat, die Justiz zu digitalisieren. Und was bietet sich da mehr an, als dass wir als Community uns hier auch etwas einbringen, vor allem wir auch als Schweizer und als Bürger, die das Ganze natürlich auch bezahlen. Es ist natürlich nicht nur so, dass es darum geht, dass wir tatsächlich neue Softwareprojekte auch lancieren und neue Software entwickeln. Es kann natürlich auch heissen, dass wir dafür sorgen, dass, wenn neue Software gesucht wird, dass wir sagen, hey, Moment, da gibt es bereits etwas. Und dass wir es entsprechend auch verwenden werden. Als Beispiel, wer kennt das, FixMyStreet, das wird tatsächlich hier in Zürich genutzt und gelebt. Und das hier in Zürich ist es auch bekannt als Zürich wie neu. Eine App, die man herunterladen, installieren kann und damit Strassenschäden oder sonstige Infrastrukturprobleme den Behörden melden kann. Und nun, wie gehen wir weiter? Was gibt es noch? Das Projekt, wo ich mich im Moment ein wenig damit befasse, wo ich gegen Abend im letzten Talk dann noch einen Vortrag halte, da geht es dann eher um ein etwas anderes Thema, Freedom Vote, wo es dann darum geht, hey, wir möchten, dass die Politiker, die sich interessieren für IT, dass sie sich präsentieren können. Was denken sie über IT, was denken sie über Netzpolitik und über Open Source und all das Mögliche? Das ist ein anderer Weg, um etwas Aufmerksamkeit zu generieren. Es geht dann schlichtweg darum, einerseits Politiker, die schon entsprechend sensibilisiert sind, dazu zu bewegen, sich zu präsentieren. Und andererseits Politiker, die finden es, es klingt noch interessant, anhand der Fragen, die da gestellt werden, darauf zu sensibilisieren. Oh, ja, stimmt ja. Das ist ja eine gute Frage. Vielleicht noch mit Informationen, damit sie entsprechend vielleicht noch etwas mehr auf das Thema sensibilisiert werden. Und wir als Free Software Foundation erhalten entsprechende Informationen, was für Politiker gibt es, die was für Gedanken und Ideen mit sich herumtragen, mit welchen unserer Ideen könnten wir vielleicht auf entsprechende Politiker zugehen und mit ihnen darüber sprechen und vielleicht neue Projekte starten. Das ist ein wenig, wie wir im Moment, oder was im Moment läuft. Und jetzt geht es darum, wie können wir weit machen. Wir wissen jetzt wieder Wahlen, Nationalrats- und Ständeratswahlen. Und in einigen Kantonen beginnen natürlich auch wieder irgendwelche andere Wahlen, vom Kantonsrat oder irgendwelche Gemeinderatswahlen. Und als Beispiel jetzt für die Nationalratswahlen haben wir jetzt das mit dem Frieden-Rot gemacht und gestartet. Und wir versuchen jetzt das Ganze etwas bekannter zu machen. Und jetzt, jetzt los, was machen wir? Genau, also wir haben verschiedene Optionen erstmal. Und zwar ganz allgemein, was man auch unabhängig von jedem Wahlkampf machen kann, was man in jeder politischen Kampagne oder Ähnliches machen kann, ist natürlich erstmal den Kontakt zu den Entscheidungsträgern zu suchen. Also das können jetzt eben Abgeordnete sein, das können auch Ministerien oder Ähnliches sein. Und die kann man in der Regel auch eigentlich ganz gut erreichen. Die meisten von denen besitzen tatsächlich mittlerweile auch eine E-Mail-Adresse. Viele sind auf sozialen Netzwerken anzutreffen. Noch viel mehr haben noch ein Telefongerät, vielleicht sogar noch ein Faxgerät. Das sollte man auch nicht außer Acht lassen, dass das durchaus manchmal ein ganz lustiges Tool sein kann. Viele von denen haben auch ein Büro, wo man reinlaufen kann. Noch viel mehr von denen treiben sich auch in der Öffentlichkeit rum und versuchen eben auf Veranstaltungen teilzunehmen, wo man dann am Anschluss auch Fragen stellen kann. Also das sind sozusagen erstmal die Möglichkeiten, wie man direkt mit Entscheidungsträgern in Kontakt treten kann. Und dann gibt es natürlich nochmal in dem Wahlkampf darüber hinaus Möglichkeiten, wie man versuchen kann, Einfluss zu nehmen. Denn da kann man zum Beispiel auch das Ganze nochmal mit Parteien machen. Also man kann Parteien anschreiben. Dann ist es oft so, dass die solche lustigen Wahlkampfstände aufbauen, wo es da Luftballons gibt. Aber auch dort kann man über Inhalte reden. Und natürlich sollte man auch versuchen, im Vorfeld die Parteiprogramme sich entsprechend anzuschauen und zu gucken, ob man dort seine Forderungen findet oder die gegebenenfalls auch entsprechend darunter bringen kann. Ich weiß, vielleicht kannst du kurz ein bisschen erzählen, wie so ein Vorgang hier in der Schweiz stattfinden könnte, wie man eben so ein Parteiprogramm beeinflussen könnte. Okay. Grundsätzlich ist es so, dass natürlich die Parteien auch immer mal wieder ihre Mitglieder einladen, an einem Parteitag teilzunehmen, über Inhalte zu sprechen. Und da gibt es auch die Möglichkeit, entsprechende Anträge zu schreiben. Und grundsätzlich sind die relativ offen für irgendwelche neuen Ideen und Möglichkeiten. Es ist natürlich besser, wenn man entsprechend auch Mitglied wäre in einer Partei. Aber erstaunlich gut geht es auch, wenn man das nicht unbedingt ist, vielleicht auch jemanden kennt, der dort Mitglied ist. Grundsätzlich ist es so, bei Parteitagen, wenn es um Abstimmungen geht, da geht es dann natürlich um die Delegiertenkarte, wenn sie delegiert sind, aber häufig können sie auch als Besucher teilnehmen. Grundsätzlich ist es so, dass, wenn Sie irgendwelche Mitglieder von Parlamenten kontaktieren wollen, ist das eigentlich relativ einfach, wie gesagt, per E-Mail. Grundsätzlich können Sie aber auch auf die Webseite parlament.ch gehen und Sie finden dort detailliert Angaben, auch über die einzelnen Mitglieder. Grundsätzlich, wenn Sie diese Leute anschreiben, denkt Sie immer daran, Parlamentarier haben ihre eigenen Fachgebiete. Fachgebiete bedeutet, dass Sie Spezialwissen in ganz bestimmten Bereichen haben und Ihre Kollegen haben Spezialwissen in anderen Bereichen. Das heißt nicht, dass Sie alle überzeugen müssen, dass Sie das für oder dafür sind, sondern Sie müssen die entsprechenden Personen suchen, die eure Meinung am ehesten vertreten, mit denen darüber sprechen können. Denn diese Leute bei irgendwelchen parlamentarischen Abstimmungen sind die, die dann zu Rate gezogen werden und man dann sagt, oh ja, du hast ja recht, Sie haben Fragen, dann werden sie beantwortet von den Mitgliedern aus den eigenen Fraktionen. Und dann, wenn Sie dann die Leute auch überzeugt haben, dann werden Sie entsprechend dann auch abstimmen oder etwas befürworten. Finden Sie also Leute, die schon dafür empfänglich sind. Alle anderen, das bringt überhaupt nichts und Sie werden nur den Spam-Ordner weit befüllen, bei den Leuten, die überhaupt nichts mit IT am Hut haben. Es gibt überall Leute, die sich dafür interessieren. Man muss sie halt einfach finden. Und wenn Sie jemanden gefunden haben, den Sie ansprechen wollen, Wichtig sind Fakten. Es ist immer das Schwierigste, und das habe auch ich mitbekommen, wenn Sie versuchen, jetzt zum Beispiel, ich versuche über Freedom Vote irgendwelche Texte zu schreiben, dass man nicht irgendwo im Fach Chinesisch abdriftet, sondern versuchen Sie bildliche Darstellungen zu machen, über Themen, die Sie erreichen wollen. Ich finde das Video zum Beispiel sehr gut, wenn es denn funktioniert. Das ist eine bildliche Darstellung, die etwas erklärt und die vielleicht etwas zu lang ist für jemand, der nicht weiss, ob das E-Mail, das er erhalten hat, tatsächlich etwas Seriöses ist. Da muss man ja möglichst kurz und überzeugend sein. Man kennt ja bereits schon diese, wenn es ein Unternehmen geht, in 21 Sekunden muss man da ja irgendwie den Chef überzeugen können. Und ich denke mal, in dieser Art und Weise wird es auch gehen, wenn Sie versuchen, aus dem groben, aus dem Spam-Ordner herauszustechen, hey, das ist doch etwas Interessantes, tatsächlich, das könnte etwas sein. Es hilft natürlich, wenn Sie schon andere Personen kennen, Vitamin B ist immer hilfreich, um Leute zu überzeugen und für etwas zu begeistern. Gut, haben wir noch etwas aus dem anderen Bereich? Ja, Vernetzungen, Kampagnen und eigene Events. Natürlich, Vernetzungen und das ist das, was ich als Letztes gesagt habe, Vitamin B ist sehr wichtig. Finden Sie Leute, die schon entsprechend organisiert sind und da kann ich natürlich auch an die digitale Gesellschaft weiterleiten. Wo ist denn hier euer Kireia? Ihr zum Beispiel, ihr werdet ihr Kontakt, wenn ihr euch etwas damit beschäftigen möchtet, die Politik auf etwas Community-basierter Variante aufzuräumen. Mit den Kontakten, da kann man vieles machen, zum Beispiel auch einen Winterkongress organisieren. Nun, ja, wichtig, wenn ihr eigene Events startet zu solchen Themen, redet darüber. Das war schon das Thema kurz im Text, den ihr vorhin gesehen habt und den werdet ihr noch einmal sehen. Tut gut und redet darüber. Informiert die andere Community. Wir haben so viele Communities hier in der Schweiz, vor allem auch rund in Zürich, wenn es um Linux, Open Source und Terralight-Themen geht. Und das Wichtigste ist, wie gesagt, Vernetzen. Jemand kennt jemanden und man kann dann so auch eben etwas erreichen. So, wenn wir dann zur Verwaltung gehen. Ja, vielleicht noch ein Satz, also auch nicht nur untereinander miteinander reden, was natürlich auch immer ganz gut funktioniert, ist, mit Medien zu sprechen. Das bedeutet also, öffentlichen Druck aufzubauen, nicht nur über Kampagnen-Websites oder Ähnliches, sondern tatsächlich die Sachen auch versuchen, in die Medien zu treiben und am besten in den 20 Urnachrichten aufzutauchen mit seinem Thema. Das ist so Diskussionsrunden oder Ähnliches. Also versucht, Pressemitteilungen zu schreiben, versucht, Journalisten anzuspitzen und versucht, die Themen auch in die öffentliche Debatte zu tragen. Ja, und hier geht es auch darum, Medien informieren. Es ist ganz klassisch, vielleicht etwas unangenehm, aber tatsächlich wirksam Leserbriefe schreiben. Zeitungen werden doch noch immer noch gelesen. Tatsächlich gibt es auch die Variante, Online-Kommentare zu schreiben, aber ich bin mir nicht sicher, wie wirksam das ist. Aber wenn ich mehr nur sehe, aus dieser kleinen Stadt, aus der ich komme, Zeitungen ist doch noch das, was gelesen wird von den Leuten, die tatsächlich politisch interessiert sind und Leserbriefe haben ihre Wirkung. Man muss nur vielleicht etwas aufpassen, wie man formuliert, und vielleicht noch einen zweiten darüber schauen lassen. Denn nicht alles, was man am Anfang für gut befindet, ist natürlich auch lesenswert am Ende. Wichtig auch, wenn ihr Veranstaltungen macht, es geht nicht mal darum, dass ihr viele Leute habt, die an die Veranstaltung kommen, sondern dass ihr die Veranstaltung entsprechend auch in die Zeitung bekommt und dass darüber gesprochen wird, etwas geschrieben wird. Was viele vielleicht aus dem Medienalltag annehmen, aber es ist halt leider nicht so. Wenn ihr etwas veröffentlicht haben möchtet, schreibt es selbst. Geht nicht davon aus, dass ein Journalist vorbeikommt, wenn ihr ein Event organisiert. Schreibt den Beitrag selbst, macht entsprechend Fotos und leitet es weiter. Die Zeitungen nehmen das gerne entgegen. Wenn es gut geschrieben ist und etwas neutral daherkommt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ihr im Regionalblatt garantiert erscheint. Juki, wir haben jetzt noch 20 Minuten Zeit. Was uns natürlich interessieren würde, ist, ob diese Liste irgendwie erweitert ergänzt werden kann, ob ihr irgendwelche Erfahrungen gemacht habt, die wir jetzt nicht angesprochen haben, die aber durchaus nützlich sind. Und aber, ob ihr noch konkrete Fragen zu bestimmten Varianten habt und was euch sonst noch so auf Herzen liegt zum Thema. Eine Frage der Bund, der macht schon seit 20 Jahren dann rum, Open-Source-Software veröffentlicht zu können. Wisst ihr oder sonst jemand im Raum, was der aktuelle Stand ist? Was für ehe Software? Bund. Ah, der Bund. Naja, beim Bund, man kann davon ausgehen, es ist ähnlich wie vielleicht in einem Unternehmen. Die Idee ist vorhanden, aber man muss die Leute überzeugen, dass alle die, die etwas zu sagen haben, auch dafür sind. Es kommt jetzt Stück für Stück. Die Leute werden, digitale Themen sind im Moment sehr, sehr populär. Das heißt, jetzt müssen wir eigentlich das Ganze unterstützen. Dass die Entscheidungsträger oben drin, die schauen, was machen wir, wie gehen wir weiter, sehen, ah, eigentlich, das scheint, ja, das scheint tatsächlich etwas zu sein, was wir machen können. Und wenn sie von überall ein wenig hören, hey, das ist eine gute Idee, dann wird es umgesetzt. Solche Dinge brauchen leider seine Zeit. Und ich denke eben, das Justizprojekt, das hier am Laufen ist, ist ein gutes Beispiel. Wir haben auch regionale Projekte, die jetzt kommen, wie in Bern zum Beispiel, wo man für die Schüler eigentlich eine offene Plattform erstellen möchte, wo sie lernen können, wo sie ihre Hausaufgaben beziehen können und so weiter. Und es kommt. Ich kann vielleicht auch etwas zu sagen. Mein Name ist Gerhard Rohr. Ich habe 20 Jahre beim Bund gearbeitet, in der IT. Dort ist es so, der Bund braucht immer einen Vertragspartner. Also, und zwar einen Vertragspartner, der eben, ja, ein bisschen gut bei Tuch ist, so dass man ihm alle möglichen Verpflichtungen überlasten kann. Als Einzelperson haben sie kaum eine Chance und auch nicht als diffuse Gruppe von Leuten, die zwar alle gut sind, aber niemand nach dem Schluss Verantwortung übernimmt. Deshalb ist es so schwierig, für solche Softwaren Bund anzukommen. Ich denke, es ist aber auch eine Frage der Ausschreibung. Also, wenn man in die Ausschreibung eben vorgibt, dass es eben ein freies oder Open Source Projekt am Ende werden soll, dann gibt man ja sozusagen die Vorgaben auch an die Hersteller weiter. Und, also ich denke, es ist auch, also so ein Henne-Ei-Problem, aber ich denke, dass man mit der Ausschreibung als Staat schon sehr, sehr viel mehr machen kann, als dass man irgendwie hofft, dass wie durch Zauberhand ein großes Unternehmen irgendwann mal vorbeikommt und sich auf so eine Ausschreibung bewirbt. Also, vielleicht noch eine Ergänzung gerade zu dieser Frage. Der Bundesrat hat gerade in diesen Tagen einen Bericht veröffentlicht, wo es darum geht, um die Verwendung von Fire Software und es soll ein Bericht folgen, wo es dann darum geht, um die Veröffentlichung von eigenem Code unter Fire Software. Also, der Bundesrat macht sich aktuell gerade ein paar Gedanken wieder zum Thema. Was mich noch interessieren würde, oder wo ich einen Ansatzpunkt sehe, ist, oder wen wir eigentlich ansprechen müssen, das sind die Verwaltungen. Die Verwaltungen, die die Software beschaffen und dass die entsprechend eigentlich auf Software setzen, die einer Fire Software bereits unterstehen oder Software entwickeln und diese dann wieder unter einem Fire Software veröffentlichen. Was da etwas die Krux ist aktuell, dass es unterschiedliche Vorstellungen davon gibt, ob es Gesetze geben muss, die das überhaupt ermöglichen. Und im Kanton Bern hat man dann den Weg gewählt und genau so eine Rechtsgrundlage gesetzt und damit eigentlich auch die Debatte lanciert darüber, dass doch die öffentliche Hand, den sie selber entwickelt, eben dann auch wieder veröffentlicht. Also, vielleicht könnte die Erarbeitung von Rechtsgrundlagen über Vorgehen in den Parlamenten dazu führen, dass auch eine solche Debatte stattfindet und dann, dass die Verwaltungen dann diese Möglichkeit auch nutzen und Software selber unter einer Firen-Dizenz zur Verfügung stellen. Weil ich denke mir, dass die Verwaltungen da eher halt ja noch etwas in alter Denkweise, Strukturen irgendwie sind und genau das, wenn ich einen grossen Anbieter habe, der mir die Software liefert, dann mache ich das Geschäft oder den Vertrag mit dieser Unternehmen und mache eben keine Software selber und ihr mit ihnen ein freies Fokus ist. Das scheint in dem Fall ein Projekt in Bern zu sein, das sich zu Forken lohnt. Also, in anderen Kantonen entsprechend den Erfahrungen, die dort gemacht worden sind, dass man das überhaupt von der Idee bis zur Umsetzung dieses Gesetzes, dass man diese Erfahrung abgreifen kann, schauen, was ist gelaufen, was ist gut gelaufen, wo waren die Schwierigkeiten und das vielleicht in anderen Kantonen wiederzugeben. Die sind da entsprechend schon Bestrebungen im Gang. Wisst ihr was? Ja? Ja, ich kann nicht gerade etwas sagen. Simon Schlaue, ich bin der Professor von vorher. Ich sitze ja auf dem Kantonsrat und wir haben jetzt die Vorlage, die damals in Bayern vor vier Jahren durch den Grossrat, also das Kantonalparlament durchgegangen ist mit, ich weiß nicht, 130 zu Null Stimmen, also wirklich 100% Unterstützung. Wir haben jetzt uns erlaubt, zu kopieren, mehr oder minder und werden das jetzt in Zürich in den Kantons abbringen. Am nächsten Montag. Und es gibt verschiedene Punkte drin und für mich eigentlich der wesentlichste Punkt bei dieser Vorlage ist, dass man quasi einen Default Value schafft, dass man sagt, wenn die Verwaltung Software entwickelt oder Software nutzt, dann soll sie im Zweifel oder wenn es immer möglich ist, soll sie die als Open Source oder soll sie sich für Open Source entscheiden und die Software als Open Source freigeben wieder. Wesentliches Thema, wir haben es gehört, ganz im ersten Referat ist die Effizienzsteigerung, dass man eben dann mit verschiedenen anderen Verwaltungsträgern eben auch sich austauschen kann, eine Community bauen kann. Wir sehen es zum Beispiel bei, ja, was haben wir, Baurecht, zum Beispiel dieses One-Glove-Gever-Produkt zum Beispiel. Es gibt diverse Open Source-Produkte heute schon eigentlich, die funktionieren in der Schweiz. Und ich denke, diese Vorlage, die wir jetzt in Zürich auch bringen, die damals in Bern so erfolgreich war, sehr schön, wenn man es in anderen Kantonen ebenfalls bringen könnte, kommt zu mir. Wenn ihr aus einem anderen Kanton seid, dann könnt ihr darüber sprechen. Okay, wir können es vielleicht hier kurz mal analysieren, wie das gelaufen ist und was für Bedingungen dafür notwendig sind. Denn es ist tatsächlich interessant, ihr seid jetzt dabei, das Ganze nach Zürich zu bringen. Darf ich fragen, warum genau Zürich und nicht irgendein anderer Kanton? Was ist das Entscheidende jetzt, was notwendig war, damit man da starten konnte? Also es ist ganz banal, ich bin bei CHU, da war ich in Deutschland und wir haben gesagt, wir müssen jetzt irgendwo mal anfangen und das weitergehalten. Aber es gibt kein besonderes Grund, um genau zu. Aber zum Beispiel, da ist jetzt auch ein Kontakt in den Kantonsrat Notwend von Zürich, damit man das einbringen kann. So war eigentlich die Frage gemeint. Was ist mindestens Notwend, ein Kontakt oder vielleicht zwei, gab es ein wo-parteiliches Komitee oder wie habt ihr das gemacht? Wenn wir das schon wissen und wir haben ja Leute, vielleicht finden wir gerade gleich jemanden, der sagt, hey, es ist gar nicht so schwierig, also was ich gemacht habe, ich bin selbst rein, habe im Rat ein paar Leute gefragt von verschiedenen Parteien, würdet ihr das unterstützen? Ob es am Schluss durchgeht, wissen wir noch nicht, aber die Unterstützung bis jetzt ist sehr breit. Was man machen kann von außen, ist klar, ihr habt vielleicht eine Lieblingspartei, ruft mal auf das Sekretariat an, fragt, wer ist IT-affin in dieser Partei, gibt es Leute, die sich mit diesen Themen beschäftigen? Habe ich im Rat auch so gemacht, jede Partei hat ein paar Leute, die man dann ansprechen kann und wenn man dem sagt, Open Source, wir möchten das fördern im Kanton, in der Regel klickt es und dann sagt, ja klar, gute Sache, müssen wir uns anschauen. Und dann kann man auf diese Vorlage verweisen. Also sprecht die Leute an, die sind dazu da. Wir brauchen noch Input, ganz wichtig. Also einfacher, als man denkt. Ja, die Leitfaden. Gut, dann können wir auch noch etwas. Danke, bitte. Also ganz kurz nochmal, diese Veröffentlichung vom Bund, das ist ein Leitfaden über Open Source Anwendungen, also das geht über eine Studie hinaus mittlerweile und wir haben das auch sehr begrüßt, auch CH Open hat das sehr begrüßt, das ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Was ich zu der Verwaltung noch sagen wollte, es wird sehr häufig halt angenommen, dass dann irgendeine wirre Community diese Software pflegt. So ist das natürlich nicht. Also zum Beispiel Kanton Bern hat ja, oder ist gerade dabei, für Schulen ein Open Source Paket basierend auf Nextcloud auszurollen. Da steckt natürlich auch eine Firma Nextcloud dahinter und da steckt vor allem auch eine regionale Firma dahinter, die das natürlich administriert. Also da wird nicht erwartet, dass irgendwelche Beamte da dann in Nacht und Nebel noch irgendwelchen Code dazu packen. Ja, also da sind wir weit von entfernt. Meine Frage wäre mehr in die politische Richtung. Du hast vorhin auch, sage ich mal, so ein bisschen Lobby angesprochen, Michael. und mich würde interessieren, wie ist denn die Zusammenarbeit von der FSFE hier in der Schweiz, zum Beispiel mit den Leuten von der DINACON beziehungsweise von PARLDI, also der parlamentarischen Gruppe Digitale Nachhaltigkeit, die sich ja nur komplett mit diesen Themen beschäftigt, mit allen Open Themen, aber insbesondere natürlich auch mit Open Source Software. Gibt es da eine Kooperation? Weil ich meine, da einen besseren Zugang kann man ja nicht finden, zur Politik. Das ist eine parlamentarische Gruppe. Das sind ja genau die Leute. Und das ist auch wirklich parteiübergreifend. Ja, also von ganz links nach ganz rechts alles dabei. Ich denke, das ist momentan hier so ein Dreieck. Von der einen Seite der CHOPEN, die eher aus Politikersicht versuchen, mit der politischen Arbeit entsprechend zu arbeiten, mit der parlamentarischen Gruppe Digital Nachhaltigkeit, eben eine parlamentarische Gruppe, interessierter. Dann haben wir einerseits die digitale Gesellschaft, die das Netz politische macht. Ihr macht eher die Feldarbeit. Und dann Free Software Foundation, die eigentlich grundsätzlich das Thema aus der eher softwareseitigen Ecke entsprechend behandelt. Und von daher, man muss, je nachdem, was für Themen man angeht, sind entsprechend die einen oder die anderen, die eher die Leute, die man ansprechen muss. Aber ich glaube, am Schluss wird es ein Team geben, von Interessierten von dieser Seite, von dieser Seite, die etwas machen. Und so ist übrigens auch ein Freedom Vote entstanden. Es wurde bei der letzten Wahl in Bern, wurde es von der digitalen Gesellschaft geführt. Dann zusammen mit der digitalen Gesellschaft. Jetzt wird es von der FSB geführt. Und zusammen auch wieder mit der digitalen Gesellschaft. Und ja, was wir da noch weiter planen, dann für die vielleicht nächsten Wahlen, das könnt ihr dann am Vortag, am Abend dann noch dazu hören. Aber es ist letzten Endes so, es gibt verschiedene Vereine, Interessensgruppen, die verschiedene Fokus haben auf verschiedene Themen, die man am besten irgendwie zusammenbringt. Und jeder eigentlich sein Gebiet, wo er sich am besten auskennt, versucht entsprechend dann zu beackern. Solange man zusammenarbeitet und nicht gegeneinander. Und das ist immer das Wichtigste. Ich bin gerade der Drupal-Community und das ist ein Framework, um Webseiten zu bauen. Und für die Drupal-Community ist es sehr wichtig, öffentliche Institutionen referenzieren zu können, die dieses Tool nutzen. Und dazu gibt es etliche Case-Studies. Ihr habt jetzt heute mehrmals Barcelona erwähnt, gibt es da welche Tools nutzt Barcelona, so als Vorzeigeprojekte, oder gibt es da auch Case-Studies dazu? Ich denke, es ist enorm wichtig, auf solche punkte Projekte verweisen zu können, um das voranzuteilen, um diese Erfolgsgeschichten bezeichnen zu können. Ja, ich denke, das ist durchaus etwas Wichtiges, dass man Geschichten erzählen kann, dass man die Erfahrungen sammelt und tatsächlich auch nutzt. Vielleicht im Moment auch etwas, die Schwierigkeit, dass es so fragmentiert ist und jeder eigentlich in seiner Gruppe etwas macht. Das ist jetzt durchaus auch so, dass wir in der Schweiz, also FSF in der Schweiz und der digitalen Gesellschaft und so, wir machen etwas. Und wir haben zum Beispiel auch festgestellt, in Deutschland haben sie das, das, wie heißt das? Wie heißt das? Ich habe jetzt gerade, hast du gehört? Ja, das ist quasi ohne. Ja, das ist auch der, die Freedom Vote Automatik in Deutschland, das ist ja ein eigenes Projekt gewesen, das ist ja nicht basierend gewesen. Genau, wir haben auch den digitalen Nomad in Deutschland. Genau. Und das ist ja zum Beispiel auch eine eigene Software, also wenn wir das richtig gesehen haben. Wir sehen, die Kommunikation unter den einzelnen Interessensgruppen ist noch nicht allzu gut. Das könnte man natürlich auch verbessern. Das ist das Tool, was in Barcelona so als Vorzeigetool benutzt wird. Das ist eine Partizipationsplattform, wo eben Leute dann Gesetzes-, also Bürgerinnen und Bürger Gesetzesvorschläge einbringen können, die dann da auch abgestimmt werden und in die Tat umgesetzt werden. Ich glaube, 70 Prozent, 80 Prozent, irgendwie sowas kommt tatsächlich von den Gesetzesinitiativen, die in Barcelona umgesetzt werden, mittlerweile über diese Plattform. Also das ist halt schon eigentlich eine relativ coole Angelegenheit. Was die jetzt noch gerade starten, ist so ein Städteverbund-Kampagnen-Ding, wo es auch vor allen Dingen um Privatsphäre und die Sache offene Daten, private Daten, immer damit umgeht und also auf der einen Seite Privatsphäre schützen, auf der anderen Seite aber eben diese ganz open-data-debatte auch ein Stück weit voranzubhängen, dass das jetzt gerade was für in Barcelona passiert. Wie gesagt, darüber hinaus gibt es noch andere ganz coole Städte, also Paris ist relativ weit, Helsinki ist relativ weit, also da gibt es halt europaweit ganz gute Projekte und Städte, die da sehr gut finden. Da werden natürlich wieder viele Daten generiert und dann müsste man natürlich, vielleicht gibt es einen open-data-Spezialist, der die verschiedenen Städteorganisationen mal durchforstet und was wir so in der Schweiz machen und versucht, das Ganze zusammenzufassen. Dann wäre natürlich sehr praktisch und sehr interessant, was, wo, für, welche Software auch verwendet wird. Damit könnte man dann natürlich auch besser Werken machen. Das ist natürlich relativ schwierig, denn wie gesagt, das Ganze ist auch sehr regionalisiert, manchmal sind auch Sprachbarrieren. Das ist doch halt zwar die Software vielleicht in Englisch geschrieben, aber man unterhält sich und man plant natürlich in der jeweiligen Sprache. Ja, also ich habe noch eine Ergänzung. Es gibt in ganz vielen unterschiedlichen Ländern eigene Code-Sharing-Plattformen für die öffentliche Verwaltung, aber viele öffentliche Verwaltungen, gerade aus den USA, sind halt auch bei GitHub sehr aktiv und bei GitHub gibt es eine Übersichtsseite, wo man sich angucken kann, was hat welche Verwaltung online gestellt und soweit ich mich erinnere, sind da halt auch ganz viele Webseiten-Geschichten. Und soweit ich mich erinnere, habe ich irgendwo auch rumsperren sehen, dass halt Leute einzelne Verbesserungen gemacht haben oder einzelne Anpassungen oder Themes oder was auch immer. Und da kann man sich umgucken. Was auch interessant ist, ist JoinUp. Das ist ein europäisches Netzwerk. Auf der Homepage sieht man ganz viele Analysen zu europäischen Projekten, also gerade Barcelona, ein ganzes Cathedral-Projekt. Und da hinten gab es ja noch eine Frage zum Thema parlamentarische Gruppe. Tatsächlich gibt es in der Broschüre der FSFE, die ja auch hier aussieht, einen Beitrag von Dr. Matthias Stürmer, der halt in der parlamentarischen Gruppe drin ist und der auch da diesen Beitrag sehr schön erzählt, wie sie vorgegangen sind. Das war ja auch nicht so, dass alle geschrien haben, Hurra, wir wollen das jetzt. Sondern da gab es ja so einen kleinen Anbieter, der gesagt hat, oh nein, ich sehe meine Fälle hier wegschwimmen, da muss ich mal schnell juristisch gegen vorgehen. Das ist Wettbewerbsverzerrung. Und dann hat ja Herr Schlauri zum Glück mit einer Analyse, mit einer Studie oder mit einem Gutachten, besser gesagt, interveniert. Und uns war es halt auch ganz wichtig, da mal aufzuzeigen, was sind eigentlich so auch Widrigkeiten und wie kann man damit umgehen. Wunderbar. Okay, ich glaube, wir kommen so langsam zu einem Ende. Jetzt würde ich sagen, fassen wir nochmal zusammen gegen den Schluss. Also, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wenn ihr etwas machen möchtet, ihr findet, da ist jetzt in eurer Verwaltung, in eurer Gegend etwas zu tun, und ihr wisst nicht weiter, wie ihr anfangen möchtet, geht zur digitalen Gesellschaft, die werden euch sicher helfen. Wenn ihr irgendwas Richtung Software machen möchtet, oder wenn ihr Ideen braucht, also Free Software Foundation kann euch vielleicht weiterhelfen, die Community ist auch recht aktiv. Wenn ihr schon Kontakte zu irgendwelchen Politikern habt, und ihr möchtet vielleicht irgendwelche Verbindungen herstellen, dann kann euch ebenfalls die digitale Gesellschaft weiterhelfen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch versuchen, bei der Parlamentarischen Gruppe Digitalen Nachhaltigkeit, oder bei CH Open entsprechend, mal anzufragen, um zu schauen, was gibt es da für Möglichkeiten. Und wenn ihr selbst irgendwelche Möglichkeiten habt, natürlich, oder Ideen, oder wenn ihr gerne Leserbriefe schreibt, wir sind immer dankbar, wir mithilfe, denn was natürlich in Vereinen immer schwierig ist, ist auch aktive Personen zu finden, die etwas machen möchten, und auch vielleicht sogar noch wissen, genau, wie man es richtig macht. Denn das ist natürlich auch immer relativ schwierig. Aber jeder Versuch ist wichtig, und jede Motivation sollte auch abgeholt werden. Und vielleicht auch, was noch ganz wichtig ist, wir haben es vorhin auch schon bei dem Urheberrechtsvortrag gehört, wer jetzt vielleicht keine Zeit hat, keine Ressourcen hat, sich einzubringen, man kann diesen Verein auch allen spenden, damit sie ihre Arbeit machen können. Also Spenden an die INGIS, FSFE, die Urheberrechtsleute, für den Vortrag vorhin ist auch immer noch ein sehr, sehr guter Weg, um solche Ziele mit zu unterstützen. Okay. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020